Doppelze Torte? Guck mal hier. Ne, nicht ins Gesicht. Ne, ich tritt da drauf rum. Dann nehme ich sie. Für extra Würze. Frisch getreten, das macht man ja mit Wein, macht man das ja auch. Doch, ein Fisch ist das. Ein Fisch. Ihr Hinten, hallo. Das ist das Anchovies-Torte, ich will nicht mehr. Wir brauchen wirklich jeden Mann Tisch, das geht ja nicht auf diesen komischen Teil da. Ja, da mach rein, selbst ist die Frau. Die Torte steht ja höher als ich fast. Kann man die wieder abbauen, die Torte, ohne dass sie kaputt geht? Nein. Mist. Dann kann die mal einer essen. Die Torte steht ne Rangliste höher als du. Ne Nahrungskette. Guck mal hier, deine Freunde gucken dir zu beim Kochen. Hallo. Wer ist denn hier? Das sind ja mal fahrverrückte Hühner. Was ich noch nicht verstanden habe, die Kakaobohnen. Warum habt ihr da so nen Kolben hingebaut? Na, damit das halb elektronisch, halbautomatisch ist. Das was? Ach, ein automatisches Erntesystem. Hast du das noch nicht gekolbt? Nein. Hier geh doch mal, dann liest du den. Ja, ich weiß schon. Was ist denn? Ich hink schon wieder hier. Brauchst du sowieso Kakaobohnen. Pass auf. Eins, zwei, drei. Tadaa. Hier unten fehlt ne Kiste. Und jetzt? Muss man auch anpflanzen. Genau, Nachhaltigkeit. Jetzt baue ich hier wieder so an, oder wat? Ja. Es ist ganz einfach. Also das gehört auch zu meinem Job, ok? Jep. Noch was, was ich wissen müsste? Hast du die Müllkiste? Hast du die Müllkiste ausgemüllt? Wo ist die Müllkiste bitte? Na, die ersten drei Doppelkisten. Wo denn? Na, das ist nicht nur die hochladen, die hochfahrbare Kiste. Im Prinzip der gesamte Raum hier. Hier ist ne Müllkiste, aber keine Müllkiste. Das sind alles Müllkisten. Müll, Müll sagt er. Müll nicht Müll. Müll. MÖH, äh, MÖH, äh, MÖH, äh. MÖH, äh, MÖH, äh. MÖH, äh. MÖH, äh. MÖH, äh. MÖH, äh. Hat jemand zufällig? Kleine Mehl. Was für ein Mehl? Ja, ich ganz bestimmt nicht. Ich verbringe mein Leben hier drin. Gibt's hier oben keine Knochen mehr? Zwei Arsch, stimmt, aus Knochen geht's das jetzt machen. Haha. Jaja, da war wieder jemand Intelligenz. Hat er von euch schon wieder nachgepflanzt? Also Kühe nachgepflanzt? Eigentlich brauche ich gar kein Kuhfleisch. Ich brauche eigentlich nur zum, zum Torte machen. Obwohl ich Torte immer so umständlich finde. Warte, 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 warte. Eine Rindertorte, oder was? Fleisch zum Torte machen? Ich brauche noch Milch. Ich brauche ja Milch. Jetzt hinkommt mir keine neue. Ich bin ein bisschen gekloppt, oder? Kann jetzt mal hier der Schreiner hinkommen? Wer ist der Schreiner, bitte? Der Schreiner? Der Architekt bin ich. Ja, ich hätte gern einen Tisch in der Küche. Ein Tisch in der Küche. Ein Tisch in der Küche. Aber bitte nicht so einen hohen, weil ich will die Torte schon irgendwo draufstehen. Aber guck mal, wie hoch die steht. Du musst dir irgendwas einfallen lassen. Das geht nicht. Du kannst einen wieder auf den Boden stellen. Pass auf, ich versuche. Oder hoch stellen. Du willst ihn wieder tiefer stellen. Geht an mich. Das war ich ja, verdammt. Das ist sein Job. Das ist nicht mein Job. Ich äußere hier nur die Wünsche für die Küche. Ja, ich muss ja erst mal, die Frau muss ja erst mal ins Haus, bevor ich da... Sonst werde ich nachher angemeckert. Nee, das mag ich so nicht, waah! Ich muss ja auch ordentlich arbeiten können. Ja, Mutti, ist gut. Richi muss halt alles nachts ausbaden, Non. Ich schlafe in der Schmiede. Der weint heimlich. Ja, Moment mal. Ey, was wollte ich noch? Ach genau, ich bräuchte... Ach, das kann ich mir auch selber holen. Holz kann ich nicht mehr holen. Ein Kessel brauchst du in der Küche. Genau. Ich muss auch Sachen zusammenbauen. Dann musst du im Schmied in Auftrag geben. Den Kessel. Ich hätte gern ein Kessel, Herr Schmied. Nee. Doch. Nee. So, was baue ich denn noch? Ich brauche auf jeden Fall ne Werkbank noch. Ja, ich brauche ne Werkbank. Werkbänke gibt's in der Werkstatt, die ist direkt neben der Küche. Oder wie? Ja, ich laufe da aber nicht extra mal rüber. Äh, die drei Meter. Naja. Viecher. Holz baue ich auch. Wo waren denn hier noch die... Hallo, Asko. Nein, die sind nicht da. Nein, die sind nicht da. Mein Gott, Schiebung. Hallo. Jetzt sind sie da. Askoleinchen. Boi. Ach, guck mal, unsere Putze ist auch da. Die Putze ist da. Danke, danke, Asko. In der Küche steht ein Kuchen für dich. Ja? Asko. Ja. Wir haben da mal was gebröttelt. Stock. Jetzt mal den Kuchen da bitte auf. Guckst du mal, ladst du das mal runter. Ey, was machst du da? Du wolltest doch nen Tisch haben. Das sieht scheiße aus. Ich mach das selber. Jetzt iss den Kuchen da auf. Dann nehmen wir mal das Holz hier. Nein. Was ist das? Das ist ein neues Texture Pack. Also ein neues nicht. Das ist immer das alte. Aber etwas multipliziert. Kuchen essen, Regie. Hab ich schon. Doc, ist den Refikuchen bitte. Bis egal, wenn du grad Hunger hast. Die Bili. Die Bili. Die Bili. Die Bili, die Bili, Doc. Sieb. Ich brauch, ich brauch, sorry Asko. Ich brauch eine Axt und eine Spitzhacke bitte. Also Lied, geh mal in eine Kiste hinten. Da hinten, ey. Da hinten mal so Auslagen. Ja, wo hinten? Kai speichern. Oh, Kai. Ach, hier. Hi. Bin ich hier, wo wir... Ich merk schon, das wird sehr gut. Ah, hier weg. Du brauchst übrigens nicht immer außen rumlaufen. Da kannst du einfach hergehen. Du kannst einfach, äh, Minecraft öffnen. Ganz normal. Ja, wo ist die wieder? Ah, jetzt ist er wieder weg. Hä? Wo ist die Minecraft? Die ist er versteckt? Unten, in deiner Treiste. Ja, da ist er doch die. Jetzt ist er wieder hinten. Jetzt ist er wieder hinten. Muss ich da nicht in den Ordner reintun? Nein, 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 nein. Einfach unten. Ah. Also du kannst auch... Du kannst auch... Halt! Jetzt ist er wieder weg. Geh doch mal hier durch. Was willst du denn? Guck mal, hier kannst du auch durchlaufen. Ne, ich hab was verloren. Wollen wir mal ins Bett. In das Bett, bitte. Boah. Bettchen. Du schläfst in der Schmied, hast du gesagt. Ja. Hä? Ich bin die ganze Zeit hier. Guck mal. Aber nicht so laut wieder, ne? Ach, ich muss immer was trinken. Prost. Ich nehm aber nicht lange auf. Vielen Dank. Wo ist Asko? Ach, der Asko ist doch gar nicht so lang. Ich dachte schon, wo hat die denn geschlagen? Asko kommt zu mir ins Bett. Nix da. Zu der alten Oma. Da fährt's die Oma mit der Schürze. Und es gibt Power mit... Mitte Schaufel, wenn ihr böse seid. Biss mal den Kuchen auf. So, genau. Erstmal hier bitte den Kuchen auf, weil ich hab's ja bei Oma. Ja, geht doch. So, ich baue mich jetzt hier erstmal zusammen. Ich hab dir auch noch einen Ofen. Wenn du den auch noch brauchst, kannst du den auch noch jetzt schmeißen. Äh, ich sollte in dem Arkad... Ne, in dem Birkenholzbaum... Ding zum Bachen. Style. Versuch's mal. Dachtest du? Hä? Versuch's mal. Na? 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 Geh die Bergbahn? Da hätt ich ja Treppen genommen. Halt den... Na Mund. Da hätt ich ja Treppen genommen. Wieso geht das... Hä? Hab dieser... Ach, da stufen ihn gemacht. Okay. Das ist natürlich blöd. Nö, das ist Abstellfläche. Das ist der staubige Oberteil des Hängenschrankes. Oh, hier sieht's ja süß aus. Wobei ich hier ja lieber Doc dann auch Stufen hinmachen würde oben. Ja, ach nee. Also reiß ich erstmal alles hier wieder ab. Kommen wir das noch? Oder muss ich... Oh. Genau. Ja, kann mit mir erwartet, dass du da bekommst. Hast du denn Stufen für mich? Äh... Ich hab dir welche gegeben. Nein, ich mein Stufen. Halbe Stufen. Halbe... Teile. Weißt du? Das ist doch mal hier. Ne. Ich weiß wie das aussieht. Schlimm. Ja, danke. Den Rest pleite ich selber. Geh Kuchen essen. Ist ja keiner mehr da. Ja. Lass mich jetzt hier arbeiten, dann mach ich ein. Oma schubst mich aus der Küche. Ach, die Enkel haben mir nix verloren. Kleine Nährkuchen haben mir nix verloren. Wer hat denn eigentlich das rosa Schaf hier hingestellt? In den Kessel kann nur Wasser rein, ne? Ja. Wo find ich denn Wasser? Mitte? Äh... Haben wir irgendwo einen unendlichen See oder sowas? Ja. In der Mitte. Im Zentrum. Ich werd nicht mal hier rau... Irgendwie lang ist es so ein bisschen bei mir. Ich komm nicht immer durch die Tür hier. Im Zentrum. Aus welchem Teil nehm ich denn? Das ist doch das Zentrum hier. Im Garten, oder? Ja, nimm's da. Ach nein, tatsächlich. Na, genau. So, ich lagere nochmal rein. Was ist das schon mal für die Musik? Fällt mir erst jetzt auf. Mein Gott. So, das rosa, das machen wir mal. Ja, den Spül hab ich jetzt auch schon mal. Halt, gelb. Nehmen wir mal mit. Da mach ich dann lieber noch ein gelbes Schaft draus. Aus dem rosa scharfen gelbes Schaft ist, glaub ich, besser. Entschuldigung. Weil, brauchen wir eher. Lieber gelb als, äh, rosa. Entschuldigung. Hm. Hm. Hm, was könnte ich denn hier noch so toll planen? Hm. Hm. Mir gefallen hier die ganzen Öfen in der Mitte noch nicht so. Sorry, Biele. Da kannst du ja auch Druckplatten drauflegen. Ja, mir gefallen aber... Ach, ich weiß nicht. In welcher Küche stehen denn bitte sechs Öfen in der Mitte? Oh, da kenn ich aber einige. Hehe. Ich geh keine. Normale Küche. Guck mal, kannst du auch ein Schnittblatt drauflegen. Nee, aber das sieht ja noch jetzt nicht aus. Hm, hm, hm. Aber danke noch. Hab ich der Oma mal ein Schnittbrett gebracht? Wollte sie auch nie haben. Hm. Ach, schön. So. Ich glaub, ich belaste das erstmal mit dabei. Bei dieser kleinen Runde. Ähm. Ich lass gleich noch mal rein. Bis gleich. Hi. Hallo. Guten Tag. Warte mal. Hallo zusammen zu einer weiteren. Hey, das ist mein Text. Jetzt willkommen nach Ruhligs. Moin. Mein Ruhliges Moin. Mit euch. Die Oma mit der Keks wird. Die ist gar nicht da. Die ist außer Haus. Und ich geh weiter an den Ibn-Doc. Äh, ja, das bin ich. Hallo. Ich spiel dann auch mal mit, ne? Oh. Hey. Kann sich die Kinder immer in Vordergrund drängen? Schlimm, wa? Schlimm. Also die Karte hab ich weiter. Deswegen steh ich mich grad davor. Hey. Was hab ich denn noch gemacht? Was wir noch nicht gesehen haben. Dann haben wir noch eine Rotbeet da mal ran geschleppt. Die hatten wir aus der Mini, glaub ich, neulich geholt, gell? Mhm. Da haben wir jetzt grad noch die Schweine ran geholt. Die hab ich noch eine kleine gerade ran befördert. Die muss mal füttert. Ganz lecker. Und vermehrt. Der Schmied hat grad noch mal nachgesorgt. Sehr schön, sehr schön. Für die Pferde ist gerade eine Lorien zuständig. Die sollen dann da rein. Hier kommt später noch der Alchemie-Tisch hin. Hm. Eigentlich suche ich ja eher einen Wüstentempel als Pferde. Für Pferde weiß ich, wo ich hin muss. Ja gut, nen Sattel brauchst du erstmal, ne? Die Pferde haben wir auch aus der Wüste gesammelt. So. Von mir aus können wir los. Wir sind alle da. Nee. Wir wollten ja nochmal in Höhle 1 gehen, wo wir schon, was weiß ich wann waren. Folge 6. Also wenn wir noch länger warten, können wir erst noch schlafen gehen, bevor wir losgehen. Wieso? Nö, geht ja ruhig schon mal los. Achso, gehen wir in den Keller. Geh mal in den Keller. Geh mal in den Keller. So. Ich hab immer das Bett. Pfipp. Ja, mein Keller. Dann gehen wir in den Keller. Kellerkinder. So. Warte mal. Dann muss ich noch jemanden machen. Zum Ausgang? Ja, ja. Wir müssen ja hinten raus. Scheint aber keine große Wüste zu sein hier. Doch, ich hab alles klar. Du stehst. Wir sind richtig. Ja, ja. Ich hatte gerade was eingestellt. Achso. Ich habe ein Dorf gefunden. Und? Weiter. Und es trägt meinen Namen. Ich hoffe nicht. Oh mein Gott. Danke, ich will da nicht hin. Es ist Thomas mit der Keksschürte. So. Aber wie es aussieht, ist hier wieder keine Schwede da drin. Ach, die meinst du ja hier. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß nur, dass es sehr schwierig und verwinkelt war. Äh. 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 Ich wünsche jedem einen guten Tod. Danke. Ja. Wie viel habe ich denn schon? Wie viel habe ich denn schon? Wie viel habe ich denn schon? Richie ist Spritzenreiter. Danach komme ich. Lyrion ist auf Platz 2, sozusagen. Ja, ich bin ja zweimal in einem Sturm. Lyrion? Lyrion. Die Lyrion. Die Oma. Die Lyrion. Wo ist denn der Dorf? Da. Bin abgewogen. Ja. Alles klar. Vielleicht sollten wir uns immer einen guten Abgang machen. Da hier ist eine Spinne. Ja, ja. Ich nehme die mal. Oh. Wenn the sun goes down. Ach guck, hier waren wir ja schon. Ja, okay, okay, okay. Also hier ist Eisen. Es gibt etliche Bereiche, wo man nicht will. Rund 2, 3 Creeper. Hier hinten. Im Wasser. Soll ich hier mal abschießen? Nö. He's gold. Gold. Hat einer die gute Spitzhacke mit? Nö. Ich habe eine. Freunde und Freunde. Ich rufe zur Nachtruhe auf. Äh. Hier. Ah, gut. Moment. Moment, wir haben gerade Bombenstimmung. Nee, alles gut. Ach so, Ritchi spielt ja wieder. Stimmt, ja. Der war ja mal. Ja. Wo seid ihr denn jetzt, Jungs? Ja gut. Ich würde gerade hier pennen. Ich liege. Wer wird pennen? Ich habe mich einfach in mein Gold gelegt. Mein Schatz. Können wir denn, bevor der Creeper hier hinten kommt? Also ich liege. Ich liege auch. Ich liege hier sehr erholen dann. Morgen. Morgen. Moin. Moin. So, komm ich da nicht mal raus. Ja, ne? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wo waren wir denn noch nicht? Wo waren wir denn noch nicht? Weiß nicht. Ich höre ein Mini-Fuzzi. Und ich höre ganz viele Kaninchen. Geht's da runter doch? Oh Gott. Florianna ist einer in grausamen Todes gestorben. Okay. Bin unten. Super. Ja. Haha. 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 Das war voll unfair. Wo warst denn du jetzt? Wahrscheinlich hat er sich von lang gespielt, ne? Gib auf. Runter. Ja, ja. Ich muss jetzt mal suchen, wo der ist. Ich nehme das Gold noch ständig. Oh, ich bin in irgendein Gang gekommen, spring da hoch und genau neben mir steht ein Creeper. Da wenigstens hast du ihn noch gesehen. Ich sterbe meistens dadurch, dass ich die nicht sehe. Doch, komm mal her, hier. Wir sind noch Gold und am Bett und ich hab alles voll. Ah. Moment. Moment. Komm Wacker. Ich hab grad Angst. Da ist einmal auch mal Hilde nicht dabei, ne? Da läuft dann schon mit den Trug bei euch. Und so ist das ungefähr gewesen, als wir damals auf dem anderen Server mit Corso gespielt haben. Au. Das gibt's doch nicht. Verdammte Drecksack. Ich glaub ich bin in irgendeinem Gang von, von unser, von unser Bienensystem rausgekommen. Ich hab dich. Ja, ja. Doch, ich bin. Moment. Ah, Gold. Wo bist du denn? Ich komm ja schon. Ich hab den Pfeil im Kopf, Entschuldigung. Mal rein. Schaden. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Er gräbt sich mal wieder auf dem Kopf. Bevor ich da bin, ist, ist Ritschi wieder da. Ja. Ich hab's abgesichert, dass das nicht mehr passiert. Ach, äh. Pferde! Uh! Auf die andere Seite musst du rüber, Doc. Ich kann zwei Stück mitnehmen, ne Doc? Ach, hier? Ja. Ach so, das ist ja, hier kann man ja direkt nach Hause gehen. Ja, ja, ja. Ich kann zwei, zwei Stück mitnehmen immer, ne? Kannst du das erstmal mitnehmen vom Ritschi? Ja. Hast du da dein Auge verloren? Ein Spinnenauge, ja. Ritschi, ich nicht. Das hier ist die... Aaaaah! Naja, ich hab extra zugemacht. Aaaaah! 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 Warte, ich hole dich! Warte, du Unheult! N, ich bin da, so gut wie. Wo? Hallo? He, 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 he. Warte, das Schwert! Bleib stehen, bleib doch stehen! Doc! Wir haben doch alles! Ja. Die Pferde können keine Dinger hochlaufen. Aaaaah! Warum können die keine Blöcke hochlaufen? Geh du weg, Ritschi! Ich weiß! Das ist ja mein Problem gewesen. Deswegen musst du sie ja erst, musst du erst reiten können. Da kommt noch einer. So, was? Hast du keine Rüstung mehr? Ja. Rüstung. Das ist schon alles aufgehoben. Stirb Pferd! Stirb Pferd! Stirb Pferd! Schön! Er säufe! Ja, die können keinen Dings hoch, ne? Das ist auch aufgefallen. So! Das Essen hat er doch aufgehoben. Ja, das hab ich schon. Das hast du schon. Das Bett hat er auch. Ja, das ist ja. Danke. Warte, hier. Warte, hier. Warte, du bist wieder eingekleidet. Natürlich, danke. Danke. Iiiiih! Das ist das Wichtigste. Leute, ihr müsst langsam machen. Wieso Iiiiih? Pass mal hier unten auf. Asko hat ihn nackt gesehen. Ähm... Ähm... Moment, ich such gerade was. Nicht nervös werden. Ähm... Das da? Ne, das war's auch nicht. Ich glaub, das war's. Ja, gut, dann heb du das auf. Danke. Ja, ich weiß nicht, was du da gerade gemacht hast. Ich hab mir grad einen neuen, schönen, gruseligen Titel ausgesucht. Einen gruseligen Titel? Musiktitel, oder wie? Musik. Habe ich ja immer im Hintergrund laufen. Ja, 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 ja. Und ich dachte mir, Resident Evil passt eigentlich ganz gut. Resident Evil? Äh, hä? Hast du das nicht selber gespielt? Meine Tochter. Ach so. Was machst du da unten? Eisen holen. Ah, da unten ist Eisen. Ich war beruflich unterwegs. Ich guck mal hier lang. Nee, guck mal nicht. Ah, ich krieg mal. Das sieht erst nach meiner Abteilung aus. Oh, ich hab eine Schlucht gefunden. Nicht schon wieder. Und sie trägt der Hoxner. Nein, die will ich nicht. Geh weg damit. So, wundervoll tief. Mit keinem Seil der Welt zu finden. Das klingt falsch, lass das. Ihre Tiefe macht süchtig. Als wär's nicht von dieser Erde. Ist ja widerlich. Könnten wir ihn nicht das Singen verbieten? Könnten wir ihn ja einfach rausschmeißen? Erfarte sie. Klar. Versammlung. Alle fürchter. Ich komm auf sie nicht. Retz. Retz. Bist du. Da bist du schon nix drauf. Sehr gut. Du bist auf meiner auch drauf. Auch das aber süß. Seit gestern. Ne, ihr seid jetzt gerade. Aha. Aha. Hier hat irgendjemand Gridmining getrieben. Ähm. Äh, Freunde? Wo seid ihr denn? Ähm. Wo bist du denn? Ich seh Asko. Ich bin hinter Asko. Ich hab da so einen langen Schlot noch gefunden. Wenn wir da gerade mal gucken. Ne, wir haben was besseres gefunden. Ja. Was denn? Der. Ach, ne je. Das sieht nach ganz viel Spaß aus. Hier waren wir schon mal. Oh. Aber doch nicht bis ganz am Ende. Weil da sind noch keine. Oh. Das hat wehgetan. Hm, hier ist Lava Lava. Lava Lava? Mr. Lava Lava? Lava Lava. Richi, komm mit zum Dock. Alleine laufen. Komm, bleib mal zusammen. Wie geht's hier hin? Hier ist schön. Ich weiß doch, ich bin sicher alleine in Höhen. Ich merke da dem auch. Hier ist Gold und Redstone. Boom und da ist er weg. Redstone? Ja, Asko, du bist schon mit dem Dock. Ist ganz woanders. Der ist hier unten. Ne, echt? Ist sie hier, danke? Meiner wäre hier lange, ja. Okay, ja, ja, nee. Redstone haben wir nicht schon genug, ne? Chorwäschter. Für ne Spinne. Nämlich gerade den Namen auf der andere Seite. Chorwäschter. Doch, warte du da hinten. Ich mach hier gerade Eiseneig. Warte du da hinten. 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 Na, äh, so. Mit den Jungs in die Höhle ist immer wie mit Zwillingen spazieren. Höhle? Einer rechts, einer links. Ich weiß nicht was du willst. Aber, 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 aber. Nicht aber, aber. War das nicht ne Musikgruppe? Ja. Gott sei Dank hab ich Knochen mit mir. In den 80ern. Ich hab jetzt ein Hund. Und die Tür.